Hallo Leute, willkommen zurück zu Superpleen CCP Ichi. Wir sind jetzt im vierten Level vom Silbervieren und letztes Mal mussten wir ein bisschen durch Türen gehen und davor weiß ich gar nicht mehr, um echt zu sein. Ah, Sonnenuntergang. Es ist hübsch und pink. Und ich muss hier rüber laufen. Oder auch nicht. Ich tue es gar nicht, weil das der schwerere Weg ist. Das richtig ist, weiß ich gar nicht. Okay, nein, das ist nicht gewesen. Natürlich nicht. Kann ich aber unterfallen hier und hoffen, dass ich irgendwo lande? Ich bin irgendwo gelandet, ja. Das ist korrekt. Nicht da, wo du landen wolltest, aber irgendwo gelandet. Ich weiß gar nicht, muss man die anderen Puzzle all kaufen? Weil es gibt niemals genug Level, dass ich bis zu Level Kanokar oder sowas komme. Weil, wie gesagt, nach meiner Prediction gibt es noch zwei Welten danach. Einmal das Schloss vom Bowser wahrscheinlich und vielleicht dieser Berg, wo wir hoch müssen. Gab es hier mal einen Vulkan oder sowas? Dachte ich. Auf jeden Fall gibt es nicht so viele Welten mehr, dass wir bis zu Level H kommen bei den Puzzles. Das kann ich jetzt schon mal garan... Ich will da hoch. Ne, warte, ich glaube, ich muss da hoch. Also ich gehe jetzt unten lang. Ja, komm mit. Immerhin ist Cooper ein Gentleman und kommt mit. So, guck mal, diesmal nicht nochmal, okay? Danke. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das könnte sein. Komm ich da hin? Kann ich dich mitnehmen? Ja, was bringst du mir? Warte. Kann ich euch kommen mitmachen? Vielleicht? Nein. Okay. Kann ich euch? Nein. Oh, tschüss. Gut, das war jetzt nicht die Antwort, die ich gesucht habe. Darum geht es weiter. Oh, lass mal gucken, wie ich oben lang kann überall. Ach, hier bin ich jetzt schon wieder. Na gut. Dann gehe ich jetzt mal oben lang. Und ich sehe, ob ich schon mal Eis. Also ich kann schon mal bieten werden gleich. Ja. Okay. Toad. Toadie. Die habe ich gesucht. Lass wir in das Loch rein. Nein. Toad. Du Verräter. Brauch Heilung langsam. Au. Brauch ganz dringend Heilung langsam. Brauch deinen Saft. Okay, ich brauche deinen Saft. Danke. Ich komme da hinten. Weil was... Vielleicht irgendwas gegen machen gegen die Dinger? Wie ist so aus? Ich wüsste auch nicht was dagegen machen kann. Also Bonbons schmeißen. Aber ich habe keine Bonbons hier. Na ja. Ich finde es bestimmt immer raus. Und scroll 11 natürlich. Noch einer für mich? Ach. Liebeswürdig, danke schön. Noch einer? Ne. Oh. Ich habe Zeit. Ah, okay. Ich würde sagen, äh. Ich sage, ich habe den Boden mehr. Nein. Ah, ich war zu... Ich war zu voreilig. Na, kann ich zurückgehen? Sieht nicht so aus. Mann. Ich war zu voreilig. Ich hätte warten sollen. Oh, eine Tür. Eine geheime Tür. Ich kann nach oben. Ich gehe nach oben. Da ist eine Röhre. Innen hin. Oben in den... Ja, okay. Ach, ich bin zurück. Cool. Ich kann doch zurück. Wow. Jetzt können wir das Geld auch noch holen. Ich gierige, alter Mann. Kurz 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 streicheln, während ich warte, bis das Level weitergeht. Okay, ich lasse ihn jetzt mal laufen, jetzt erst mal. Warten. Das hat gut getan. War es notwendig? Nein. Will ich es haben? Ja. Ich bin halt so, ne? Mich kennt, der kennt mich. Ich mich kennt alles mit dem, was es gibt. Ich bin so ein Spieler. Ich bin ein sehr nerviger Spieler bei dem Spiel. Ich spiele gerne ein Spiel auf vollem Prozent, wenn es möglich ist. Oder wenn ich das Spiel mag. Also, ich werde niemals spiele auf vollem Prozent, wenn ich nicht mag, weil ich dumm bin. Weißt, man hat ja keinen Spaß dran. So, schweißen, ne? Kann ich dich mitnehmen? Kann ich mitnehmen. Soll ich dich mitnehmen, ist eine andere Frage. Nicht mitnehmen. Oh. Man schauen kann es ja nicht, ne? Au. Meine Ahnung. Oh, Triple Kill. Warum nicht meine Ahnung? Ich meine nicht. Lange ist schon kein Leben mehr gehabt, wo ein Fragezeichen aufgetaucht ist. Also, wo irgendein Fieber versteckt ist. Uh. Oh, wieder so eine Frage. Yay. Wieder so ein Rätsel. Wann du gehe ich dafür und ich mitnehmen kann? Ich könnte Fisch mitnehmen, wenn er hier... Na, okay, kann ich nicht. Dann muss ich zurückgehen. Ja, okay, kann ich nicht mitnehmen. Ich glaube, ich brauche den Hammerbruder dafür. Jo, Balli, komm her. Ich glaube, wie kriegt ich... Uh. Äh. Der. Ich glaube, wie kriegt ich vorbei in den Kettenhund? Ja, so einfach. Das war jetzt nicht das Problem. Offensichtlich. Au. Ich glaube, man könnte aus dem Spiel auch ein gutes, äh, eine gute Challenge machen. Von wegen, spiel das Spiel, ohne geheilt zu werden von deinen Fähigkeiten. Das wäre eine Challenge. Das wäre auch keine einfache Challenge, wäre eine echt schwere Challenge. Die andere Frage ist, dann würdest du erlauben, dir die Tränke zu kaufen, die dir Leben geben. Die dein Leben erhöhen. Ah. Ich meine, die würden dir zumindest das Spiel erleichtern, aber... Wenn man das überhaupt dann, wenn man eine Challenge macht... Wenn man das Spiel einfacher hat... Ich glaube, man macht Challenge eben damit schwieriger wird. Das ist natürlich die Frage, wie der Spieler spielen möchte, das Spiel. Okay, ich muss da hochfliegen. Das kriege ich nicht hoch. Ich kann ja auch fliegen direkt. Nein, nicht ganz. Aber fast. Und wieder runter... Nein! Nicht runterfallen, gar nicht. Nein! Ich spreche nicht schnell genug. So. Das ist halt nicht ganz cool. So. Und da kriege ich zurück, wenn ich was vergessen habe. Alles klar. Oh. Kommen wir an die Frage mit dem Liebling. Ja. Weißt du schon? Irgendwo auf der Gemütsinsel wartet sich ein echter seltsamer Gegner. Seine Form entspricht einem X, einem Stern. Man sei ihn bereits überall. Vom Eulenwald bis hin zum Silbervieren. Habe ich jedenfalls gehört. Er soll ein zäher Brocken sein. Du musst ihn wieder und wieder angreifen, um ihn zu bezwingen. Sei vorbereitet, wenn du auf ihn triffst. Ja, ich treffe aber nicht auf ihn. Ich treffe natürlich nie auf ihn. Du warnst mich dauernd, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Das wird so After Game. Die Suche nach dem Stern-Typen. Hier ist nichts. Das ist das Ende schon? Dann fehlt mir ein Toad. Okay. Zurück. Abzug. Abzug. Er wird Toad. Ich brauche euch nochmal. Wahrscheinlich. Danke. Danke. Wir gucken, wo sie auch gemacht. Und hier ist man nicht. Hier ist der Speedrun, ey. Wie. So, zurück. Macht sich hier nochmal Fragezeichen. Und, und, und. Nope. Dann ist es hier schon auch nicht. Ich fern uns jetzt zurück. Die Tür interessiert mich mal. Das muss auch ein Secret Gang sein. Und wie komme ich da hinten? Okay. Ich muss mich jetzt heilen. Sonst ist kein Problem. Nein. Nicht fliegen. Heilen. Nicht fliegen. Nein. Heilen. Nicht fliegen. Oh. Mal Cooper. So viel, dass es sich zu leben lohnt. So viel. Hier ist noch was anscheinend. Oh, klar. Hier habe ich noch gar nicht. Ähm. Durchdrücken. Ach, warte. Hier habe ich durchhauen, ne? Nee. Was? Ich gegenhauen? Ich glaube, es war der Gegenhauen. Oder war es Fliegen? Nee. Feuer? Nee. Weine auch nicht. Ich weiß nicht. Ich muss den da irgendwie gegenkriegen. Aber ich weiß nicht womit. Okay. Mal gucken. Kurz Energie. Ah. Danke. Willst du mal anfangen? Wo habe ich dich mal mit benutzt? Weil ich habe dich schon mal geschoben. Ich weiß nicht mehr, womit ich dich geschoben habe. Das war nicht Feuer, oder? Nee. Wein war es auch nicht. Oh, warte. Jetzt kann ich hauen. Okay, ich muss doch das Ding erstmal anfrieren. Sieh meine Ahnen. Ich hatte doch recht. Ja, weniger. Weich ist schon mal? Was klingt hier? Ich glaube, ich war nicht hier, aber... Ich brauche eine Heilung. Heil mich. Und nicht zu viel. Heil mich um eineinhalb nur. Höchstens. Reicht mir. Ja, jetzt muss ich fliegen. Das war da oben hin. Danke. Da ist Toad. Toadie. Funden. Ich glaube, ich muss die Cooper mitnehmen, ne? Ja. Okay, mein Rätsel. Was Neues. Auch was Neues. Haben wir auch nicht gehabt bisher. Gut, das war ein Kick. Jetzt kann ich wohl fliegen. Wir getroffen werden. Hurra. Jetzt kann ich im Ziel. Ich weiß, was Ziel ist von... Ah, die Tür ist das. Guck mal, haben wir noch was gelernt. Ich muss nur rauskommen. Ohne... Wie komme ich hier raus? Hä? Cool, Willi, kommst du bitte her? Weil ich... Tränen die genug Tempo... Okay, jetzt habe ich genug Tempo bekommen. Ich wusste es! Ich habe es geahnt! Ich habe geahnt, dass da so ein Ding ist. Das muss ich alles nochmal machen, oder? Oder ist alles gefunden? Ich habe das Eis gefunden. Oh, ich muss mal dahin laufen. Ich habe es doch geahnt. Ich habe es doch geahnt, dass das was kommt. Ah, wieso habe ich nicht geheilt? Ich war zu... Weiß nicht. Wahrscheinlich zu selbstsicher mehr zu sein, also... Das war echt traurig. Gut, Speedrun. Erneut. Der Zweite heute schon. Okay. Muss aber nicht hier lang gehen, das weiß ich ja. Der Weg ist komplett egal. Jetzt kommt das hier. Oh, nein. Vielleicht gucken, was in anderen drin ist. Wenigstens ist das witzig. Auch zu scrollen. Das Level. Immer den Ersten. Ne. Ja, doch. Ach, das ist nur ein Acht und ja. Ich habe meinen Ankopf gehabt, wo drei waren. Der kommt auch hin, der Level, glaube ich. Aber später kommt der. So, jetzt bin ich schon mal hier. Perfekt. Los auf dem Weg, die Koopas. Reichheit. So. Und jetzt müsste auch das Ende schon kommen. Weil ich weiß. Ja. Ach, das war hier. Oh, das war hier. Okay. Ich habe doch gewusst, dass das der Ort hier ist. Muss man den mitnehmen. Und an den Knochen trinken. Ja. Will ich den mitnehmen. Na gut. Besser als nichts. War nur ein bisschen besser als nichts. Und Wasser mit Fischis, die mich töten wollen. So auch immer. Bum, 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 bum. Kommt noch was? Ich dachte, das war es schon. Ach, halt, die Rutschpartie. Und das Sprung, die was ich nicht brauche. Weil ich auch hochfliegen kann, so wie ich weiß. Tatsächlich. Tatsächlich. Ich kann hochfliegen. Witzig. So, wir gehen jetzt. Die Frage, dass der Boss irgendwann kommt. Dieses Monster, das ich nicht kenne. Nur egal ist. Und ja, okay. Wisst ihr, was verdient? Für das schlechte Level. Für mein schlechtes Spiel verdient. Eine Rübe. Das hat länger da, als ich dachte. War ich noch ein Level? Ja, ich glaube, es feile. Warte, wie nochmal. Blup. Let's go. Oh, schönes Schneid. Oder es fallen Kristallen vom Himmel. Was schmerzhaft klingt. Oh, oh Gott. Das sind Fallblöcke. Das sind kaputte Genblöcke. Nein, 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 nein. Da musst du euch schleichen. Ich glaube, die Eisblöcke muss ich euch schleichen, damit sie nicht kaput gehen. Oh, das war ein Fehler. Ich meine, ich könnte aber hochfliegen. Guck mal, was passiert. Nichts. Cool. Versuch mit, dem es geht. Oh mein Gott. Ich bin gerade so schlecht dabei. Das kommt, weil ich zu voreilig bin die ganze Zeit. Daher kommt das. Ich bin zu übereilig. Ich möchte die ganze Zeit schnell sein. Oh, nicht schnell sein. Das Video dauert lang, wie es muss. Also ich poste gerade wieder, falls ihr es nicht mitbekommt. Kann sein, dass es nicht aufgenommen wird. Das Geräusch. Was ich fast schon hoffe. Was kein schönes Geräusch ist. Kann ich zerstören? Nein, kann ich nicht. Ich habe es gewusst. Oh, schnell. Einfach hoch. 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 Nein. Passt schon. Weg. Nein. Oh. Warte. Mal zurückgehen kurz. Weil ich weiß, dass der richtige, der der Bonusweg ist. Ich wollte sagen, hier ist doch was oder nicht? Wo ist nichts eigentlich? Lauf, lauf, lauf. Schwimm, schwimm. Schwimm. Ich bin in Gefahr. Ich muss jetzt echt auch passen mit mir schwimmen her. Ne. Ist der der Ausgang? Ne. Mein Naser kürzelt. Geh weg. Ah, sehr schön. Ich sehe schon direkt ein, wo ich hier möchte. Also soll ich wieder Fliegen auspacken? Okay. Das hat er kurz gestockert. Kann ich nicht da benutzen? Ah, wie gut. Ja, anscheinend nicht. Nein. Ich glaube, die haben verdient. Nein. Du blöder Kup-Gumba. Kup-Gumba, genau. Ne, okay. Das scheint der Ausgangslein von einem geheimen Weg, den ich noch nicht habe. Ui. Ui. Oh. Ui. Ui. Jippie. Warum war das da? Ah. Ich kann auch mal überspringen. Das macht jetzt nicht so viel Sinn, aber gut. Ah, und scroller, wenn ich soll. Man schwerer ist, anscheinend. Ich gehe da lang. Ich muss auch lang. Oh. Warten. Warten. Immer ein wenig Geduld. Geduld, Geduld, Geduld. Ist doch um was? Ja, ne, wir fliegen euch gehört. Gucken kostet nix, ne? Au. Das kostet schon was in zwei Leben. Oh, danke. Okay. Stacheln. Will ich nicht. Kann ich das verstehen? Ich kann das. Oh, da muss ich schleichen. Das habe ich zu spüren bemerkt. Okay, ich muss nicht schleichen. Ich muss einfach rüber rennen. Keine Gnade. Keine Gnade. Und. Oh, danke. Gute Frage. Wurde sie gefährlich aus, irgendwie. War egal. Es wird beißt im gleichen Punkt. Hm. Hm. Okay. Oh, oh. Sehr riskanter Sprung. Aber Meister nicht gemeistert. Oder was? Random Stacheln auf einmal. Anstatt diese Eisdinger zu nehmen. Wie sonst immer. Gut. Noch kein Toad. Das wundert mich. Meistens hätte ich. Meistens hätte ich schon Toad. Nein, das ist der falsche Weg. Der führt bestimmt. Hier, genau. Den kann ich nehmen zurückzugehen. Das will ich nicht. Ich habe gerade geschafft, den Weg. Jetzt nochmal machen. Nur oben lang. Mal erst oben lang gehen. Bin ungefährlich aus, die gehe oben lang. Das ist meine Regel immer. Oh, warte. Nein, die Regel ist unten lang anscheinend. Da bin ich rein. Dann Geheimnis aus. Toad. 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 Du bist ja. Oder Toadie. Wo meinst du denn hier? Long night gesehen, alter Mann. Oh. Oh. Ihr lauft doch kreuz und quer, ey. Huch. Huch. Noch mehr von euch. Noch mehr von eurer Sorte. Halleluja. Noch mehr von euch. Oh. Leute, ich brauche nur Gegner dafür. Oh, wartet. Jetzt kann ich da oben lang. Okay. Okay, was habe ich hier? Oh, perfekt. Genau den Mann, den ich brauche. Danke für den Opfer. Das war es jetzt nicht wert. Für die Münzen war der Rückblick jetzt irgendwie nicht so praktisch. Kaut. Hier, wie schnell hier. Ich habe den Zweigen schon gefunden. Ich habe gerade den ersten Elf gefunden. Hopp. Äh. Mach die noch ein, du. Geh weg. Lass mich los. Ihr klein etwas. Klein Edwin. Ich will springen. Ihr könnt mich nicht schwer machen. Ich bin schwer genug. Hashtag Two-Story. Der Weg zurück ist fertig. Jetzt kann ich das nur zerstören. Wo ich nie weiß, ob es lohnt. Ist ein Herz drin vielleicht? Nö. Na gut. Und die Spineys haben oben Spaß. Die gehen ein bisschen Schlitten fahren. Mit sich selber. Während sie weinen. Typischer Winter, ne? Oh. Du schon wieder. Hallo. Du machst doch gar nichts, oder? Du bist eigentlich echt lame. Oh, noch einer. Es gibt es sogar nicht. Was wollt ihr hier? Geh weg. Du machst nur Zeitverschwendung für mich. Ja. Fliegemann. 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 Und rutschen. Warte. Und rutschen. Und Koppel machen. Damit habe ich Toads. Und das Level kann gleich bei mir werden. Sehr schön. Wenn da keine Schlucht von mir ist. Nein. Ich muss das. Aha. Ich habe es gecallt. Kann ich aber durchlaufen? Doch. Kann ich. Witzig. Die Gegner sind keine Bedrohung. Mir egal. Ich laufe durch. Mach was du willst. Ist mir Pups egal. Momentchen. Mir schwanken. Ja, ich weiß. Aber das Schwanken kommt erst im nächsten Part. Wo wir die Welt 6 bänden werden. Und ich denke mal, dann kommt... Okay, den hatten wir auch schon gehabt. Wir hatten Ladida Land. Der Eulenwald. Magmania. Charlotte Panic. Wellen Island. Und Silberfjörn. Dann kommt noch wahrscheinlich der Berg. Also der Berg daneben den Wolken. Und das Schloss. Okay. Gut. Das ist ja machbar. Dann bis nächstes Mal. Bayo. 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 Untertitelung des ZDF, 2020